willkommen zu einem neuen oder vielleicht nicht mehr ganz so neuen event video von mir zum anstehenden archäologie event was in den nächsten tagen auf den live server starten wird ich möchte euch in dem video erklären wie ihr den event kalender lösen könnt ohne dabei auf tagespreise verzichten zu müssen und wie ihr dort alle tage abgeschlossen kriegt die nun folgenden aufnahmen habe ich bereits im halloween event des letzten jahres aufgenommen und dort zeige ich die technik wie man sie anwendet ihr könnt diese technik eins zu eins im kalender des archäologie events anwenden und vermutlich auch im kommenden halloween event sofern sich die spielmechanik nicht ändert und wenn die spielmechanik die gleiche bleibt dann wird es auch in den kommenden jahren noch so funktionieren dann springen wir ein paar monate in der zeit zurück und ich wünsche euch viel spaß bei den nun folgenden aufnahmen also wie löst ihr den kalender ihr braucht um den kalender zu öffnen diese sticker und das problem ist ihr bekommt an 21 tagen täglich nur einen sticker wenn ihr jetzt aber auf einen bestimmten preis ausseiten einen bestimmten tagespreis haben wollt dann ist natürlich schwierig an jedem tag ein sticker abzuholen aber es gibt ein paar dinge die es euch deutlich erleichtern die sticker abzuholen der erste tipp ist wenn ihr die karte in diesem mini spiel aufdeckt dann sieht es immer gleich aus und zwar auf jeder karte das heißt ihr könnt euch darauf verlassen wenn ihr euch jetzt hier diese felder aufdeckt dass der sticker immer an genau dieser position ist zack also ich habe jetzt hier die erste belohnung geholt den ersten aufkleber des tages und kann mir jetzt hier diesen sticker anheften und dann dementsprechend diesen preis auch schon abholen es ist also sehr einfach den ersten sticker aufzudecken nun heute ist ein tag wo man muss sich auch lohnt bei dem tagespreis zu spielen und von daher werde ich hier auch noch weiter spielen und um euch zu beweisen dass der sticker immer an genau der gleichen position ist gehe ich jetzt mal in eine anderen andere welt und deck hier wieder die ersten felder auf kerze 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 und taschenlampe und ihr seht auch hier ist der sticker genau an dieser position das heißt sie könnte darauf verlassen dass diese preisverteilung hier ganz am anfang immer gleich sein wird also den ersten sticker könnt ihr euch auf jeder welt auf der ihr spielt ganz schnell und ganz einfach holen das halloween event neigt sich nun so langsam dem ende aber ich wollte euch zumindest auch so ein bisschen zeigen dass es auch für mich ganz wunderbar geklappt hat diese strategie anzuwenden zunächst seht ihr dass ich heute noch eine lücke in meinem kalender habe und zwar habe ich für den 19 noch keinen türöffner gefunden und den versuche ich jetzt noch zu erspielen in den letzten minuten vor 0 uhr und ich klicke mich jetzt hier so durch und gibt da meine aktuelle event währung noch für aus und das hat doch gar nicht lange gedauert und da habe ich auch schon die kalender belohnung befunden die kann ich jetzt auch gleich aufheben und dann das heutige türchen öffnen und bekommen heute eine trank kiste was ihr bis jetzt gesehen habt ist jetzt erstmal nichts ungewöhnliches ich habe mir die kalender belohnung geholt und konnte damit das heutige türchen öffnen und was ich jetzt mache ist im grunde auf 0 uhr zu warten und somit das nächste kalendertürchen öffnen zu können denn ab 0 uhr gibt es eine weitere karte hier um ein kalendertürchen zu öffnen und das kann ich alles noch unter demselben tagespreis machen da ihr seht dass der tagespreis noch bis morgen um 8 uhr 30 verfügbar ist also ihr könnt es jetzt am abend direkt lösen oder dann eben am frühen morgen noch ein paar spiele machen und somit quasi für den gleichen tagespreis auch das nächste kalendertürchen noch öffnen ich bin jetzt einfach schon ein stück weit weiter denn ich muss ja wenn ich diese karte gefunden habe sie auch nicht direkt einsammeln sondern kann damit auch noch warten bis wir nach 0 uhr haben und dann zählt das kärtchen eben auch ab der einsammlung so wie wir sehen ist jetzt aber auch der nächste tag angebrochen und jetzt unter achteinhalb stunden übrig für den aktuellen tagespreis so dass ich jetzt wenn ich das kerlchen finde für die kalender belohnung das auch direkt öffnen kann und da ist es auch ich habe das nächste kärtchen gefunden und wir sehen im event kalender ist jetzt der zwanzigste umrahmt das heißt wenn ich das kärtchen öffnen dann zählt das jetzt für den zwanzigsten und ich kann mir die nächste kalender belohnung abholen ihr könnt jetzt auch für den übernächsten tag das kärtchen vorbereiten denn ich kann ja jetzt einfach weiterspielen und zwar so lange bis ich das nächste kärtchen bekomme so und wie ihr seht habe ich hier nun das nächste kartenset gefunden und könnte damit jetzt mein letztes kalendertürchen öffnen wenn ich bis zum 21 event tag warte das heißt ich müsste jetzt noch warten bis morgen nach 0 uhr könnte dann dieses kartenset einfach einsammeln und hätte dann auch den dritten tag mit der gleichen tages belohnung eben ein kalender türchen geöffnet also man kann wenn man so vorgeht für ein tagespreis immer drei kalender türchen öffnen hinzu kommt die möglichkeit dass ihr mit diesen aufklebern noch weitere kalender türchen öffnen könnt die dann übrig geblieben sind also lücken füllen könnt ihr bekommt diese aufkleber einerseits wenn ihr jetzt hier weiter spielt also wenn ich jetzt zum beispiel dieses kartenset einsammler bekomme ich kein ja kein öffnungs mechanismus mehr hier um die in 21 event tag zu öffnen sondern ich bekomme wie hier gleich seht ein joker aufkleber stück jetzt habe ich nicht mehr nur zehn aufkleber sondern elf und könnte mir mit diesen elf rein theoretisch noch zwei weitere kalender türchen öffnen aber wie ihr seht habe ich schon jetzt deutlich mehr sticker um kalender türchen zu öffnen als ich überhaupt benötige und diese aufkleber stücke bekommt ihr ja einerseits aus diesen sets und andererseits auch aus der täglichen herausforderung wenn ihr nämlich die tägliche herausforderung wählt und ihr in einem event seid wo es einen event kalender abzuschließen gibt dann habt ihr immer auch die option statt auf den normalen täglichen herausforderungspreis auf die preise zu gehen die euch diese türöffnung ermöglichen und wenn man diese strategie befolgt und dementsprechend so einsammelt dann ist es kein problem mit lukrativen tagespreisen diesen kalender voll zu machen das ist hier im halloween event der fall und es ist auf jeden fall auch so im archäologie event da diese spielmechanik komplett identisch ist so dann hoffe ich dieser tipp hat euch weiter geholfen und ich wünsche euch viel erfolg bei den lösen von event kalendern in zukunft und freue mich natürlich wenn ihr meinem video einen daumen nach oben gebt wenn euch diese tipps gefallen haben und wenn ihr auch keine anderen videos mehr von mir verpassen wollt dann abonniert doch gerne meinen kanal und klickt vielleicht auch auf die glocke denn dann bekommt ihr regelmäßig erinnerungen sofern ich ein neues video publiziere dann danke ich euch fürs zuschauen und sage tschau und bis zum nächsten mal